So, also, Erzengel hat eine Frage gehabt, bevor ich weiterspiele. Die Bühne ist offen für dich. Was hast du denn für eine Frage gehabt? Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Und ich nutze es noch ein wenig für Werbung da, für die, die noch kein Abo haben auf YouTube. Macht doch ein wenig leisiger. So, Erzengel, was läuft? Sonst mache ich weiter und wir können Fragen auch später noch klären, das ist überhaupt kein Problem. Ich bereite da schon mal alles vorbereiten, damit wir nachher wieder flitzartig ins Game rüber. So, aber nachher, kommt keine Frage? Gehen wir weiter. Gut, Entschuldigung. So, dann machen wir hier die Musik aus. Und zwar ganz und gehen wir hier wieder rein. Ah, es sieht einfach geil aus. Siehst du jetzt da im Hintergrund, wie der Nebel und der Rauch im Feuer das Licht spiegeln? Wahnsinn. Gut. Also, jetzt schnappen wir uns ein Ross. Und... Schaut mal da. Jetzt gehen wir da mit dem Kampfross. Ah, ist ein schönes, eh. Ähm... Was können wir da machen? Tun wir es mal streicheln, komm. Ein bisschen lieb haben, das Rössli da. So. Sehr gut. Was können wir noch machen? Füttern, füren, streicheln, streicheln. Streicheln. Das ist ein guter. Ist wirklich ein guter, hm? So, und dann machen wir... Das so. Und er reitet los. Übrigens... Ich habe ja hier meinen Chatbot. Oder? Und beim Chatbot hier ist eigentlich so... Alle, die so etwas zuschauen... Und ich habe einen Namen, den macht mich immer nervös. Weil jedes Mal, wenn ich hier rüber schaue, steht da Polizei. Weiss auch nicht warum. Aber hey. Hände hoch. Polizei. Es erinnert mich an ein Kollege. Aus Inwil. Mit dem Spruch, Polizei, Polizei. Vielleicht schaut er das mal und muss dann auch lachen. So. Die Musik ändert sich aber jetzt. Wesentlich. So. Und da reiten wir weiter. Was auch immer jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung. Hey, this way. You gotta help me out here, mister. Can you? Please. I've been on the run for days now. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. Is this a falling? So how'd you end up like this? Just shoot the damn chains already, come on! Just shoot the chains off, please. I'm done for otherwise. RT. Oh yes. Yes. Perfect. Ah. Thank you. So. Lassen wir doch den Arm. What the hell? Get away from me. Ja, warte. Ich habe dir jetzt geholfen. Was bist du denn drauf mit dem Frechen sein? Ich kann ja froh sein. Ähm. Essen, he? So. Und zwar. Etwas, was richtig, richtig getrocknetes, gekochtes. Weil Fleisch kommt. Etwas Fleisch mit Thymion. So. Essen wir noch mehr. Was haben wir da? Noch einen Apfel. Gut. Also. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder fit. RS. Da ist er da drin. Und das Navi schickt mich was weiss ich wo durch. Und das Navi schickt mich was weiss ich wo durch. Oh. So. So. Jetzt schauen wir da mal. Ah. Vielleicht mit erhobenen Waffen da reinlaufen. Ich glaube das macht Sinn. So. So. Was haben wir denn da hinne schöns? Howdy How. Aha. Mr. Borgin. I took your advice sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What are you talking about? I took your advice sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink sir. I am free. I am free. You don't seem free friend. You seem drunk. Sit down Reverend we ain't finished. You ain't finished. Look at him he's finished. None of us forced liquor down his throat friend. I just wanted to play. Now firstly we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now secondly he can hardly see let alone reason. Now reasoning ain't never been one of my strong points neither. But see and I do just fine. You wanna step outside or do a business here? I just want them to finish the game. Why can't we all just get alone? These are good men Arthur they're children of God. They're children of God. Voll voll alle. How's about you playing this place huh? That seems fair? Fair? Sure. You want a game? Naja. Come on. Come on. Spielen wir eins. I play a few hands. Well sit yourself down then. Der krikt raus. Gut. Soll dort ein wenig liegen und gut ist. Okay. Pop her details. Warte. Gutes. Of shit. We're going to do this. Was he about to do this? Or I'll do this. We can't do this anymore. I can't do this anymore. Well poker, I've never played poker. Fair enough. In the real life I still didn't know. Why. You two know each other anyway. Don't seem like the like best of friends. If you don't mind me saying. We go a long way back. And now you're his chaperone. I guess it's something like that. Can we play? Okay, 7, Q, 8. Aha, 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 Q, 7, 8. Wir haben hier Q10, wir haben ein Paar und noch nicht mehr. Oh, jetzt wagen wir mal etwas. Bieten wir mal ein wenig. Was kommt jetzt? Eine Zähne, zwei Paar. Sehr geil. Aber das erste Mal gewünscht ist er wahrscheinlich immer. Also ist es auch im echten Leben so. Und dann haben wir das Gefühl, du hast im Griff das Holz ein. Ich will nicht mehr, eigentlich. Ach. Gentlemen, this is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Er ist rausgelaufen. Who? The Reverend. Where is he? Excuse me, gentlemen. Genau. Das ist er doch gewesen. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Oh, nein. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich weiss auch nicht. Ich im Wilder Westen. Ich hätte nur Probleme. Ernsthaft. Aber schau mal, da unten ist jemand. Ist er das? Kleiner ist er. Es geht's nicht mehr. Ach. Es geht's nicht mehr. Ich versuch er. Du schallst es raus. Es geht's nicht mehr. Was ist dein Problem? Er ist mit mir. Oh, nein. Oh, nein. Ich will dich beide. Was ist das? Hey, runter. Bieso macht er immer das so zügig? Ich will ja nicht. So. Komm. Ah, Sack. Nein. Einfach so. Mann. Das nervt mir jetzt. Kontrollpunkt neue Scharte, bitte. Es ist einfach ein Zeichen. Ich komme irgendwie immer aufs Waffenrad. Entschuldigung. 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 Du siehst einen drunken Idiot? Ein Priester? Wanderen? Ja. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn vermieden. Und er hat ihn vermieden. Er ging das weg, ich denke. Okay, okay. Der Mann sieht ein bisschen verrückt, Herr. Reverend! Over hier! Target. Okay, wir suchen zwei. Take ihre Hand an ihn, du scheiße. Was denn mit? Der Mannight ist sicher. Oh mein Gott, ich habe ihn geklückt! Ich werde dich in den Geld holen. Komm, holen, 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 holen. Boah, ein Stress da im wilden Beste. So, wo ist er jetzt? Ah shit, was macht er? Oje, 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 oje. Ich habe Angst. Irgendwie gehöre ich da an den Zug. Oh ja, da hinten. Okay. Kompier, kompier, kompier. Oh ja, kompier, kompier. Oje, kompier. Puh, das war knapp. Ich war ab. Läge mir. Das Gesicht. Ja, war ich. Schäme dich, du Pfarrer. Ich wünschte, ich war anders. Schäme dich. Let's get you home. Home? Yeah. That's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? Hurra. Also komm, packen wir ihn ein. Unser Pfarrer. Knallen noch einmal auf unser Bierpferd. Ah, warte, warte, warte. Nehmen wir ihn mit. Aufs Bierpferd, haben wir gesagt. Verstauen. Ah, so komm. Wie ihn sacht herüberrühren. Wie ihn sacht herüberrühren. So, und dann bringen wir ihn nach Hause. Cool, sehr cool. Ja, es ist lustig. Also ich muss sagen, die Missionen sind sehr verschieden. Es macht Spass, die Welt da tatsächlich unten und ab und zu ist dir einfach wirklich zu viel und du kommst gar nicht draus, um was das geht. So gut. Hey, sind wir noch da draussen? Geht's euch gut? Herzlich willkommen. Danke für eure Zeit. Ist ja wieder mal ganz, ganz ein lässiger Samstag. Da reiten wir noch ein wenig durch den Wald. Also, da haben wir da, die junge Mann. Ich glaube, ich habe mich eingepackt. Dann gehen wir da rüber, an einem Pfosten, wenn wir nicht rauskommen. Und binden es offiziell an. So. 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 Das ist ein Lammus.